Ja, liebe YouTube-Freunde, ich überrüste, überege, da mein geflügtes Feld. Wir sind ziemlich holprig. Da ist Herbstfurche, aber der Winter hat mir da zu wenig gearbeitet. Das ist mein schwerster Boden und er kommt da ziemlich grob zum Vorschein. Ja, der Boden ist mir zu hart. Ich habe mich nicht getraut, da direkt mit dem Klingenrotor und Särmaschine reinzufahren. Die Decke hätte nicht funktioniert. Und jetzt das erste Mal die Bar aussen in Betrieb genommen. Es ist 6 Uhr, wir haben da Gäste. Und jetzt haben wir eine Schrei. Und dann ist es der erste Mal, aus dem Herbst лет reinfragen. Das heißt, ich nehme deine Uhr an, die jetzt alle zurück zu anonymsten. Und dann geht's dann alles mit dem Särmaschine. Und dann kann die Reise einbrem. Das ist ein Mal. Das ist eine Schreibung. Und dann geht's der Kill. Und dann geht's, ich glaube ich darum. Ich habe mir die Lachen. Und dann geht's, ich glaube ich,